Das heutige Horoskop, Krebs, 11. November 2023. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie über Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Vereinbarkeit mit anderen Zeichen. Negativität könnte auftauchen, mit der Sie sich heute und morgen auseinandersetzen müssen. Das liegt daran, dass der mentale Merkur den Topf wieder einmal rührt. Er ist arrogant durch den Himmel gestürmt und wird bald die Wut eines eisigen Saturns einfangen. Dies garantiert, dass Sie sich ziemlich einsam, traurig und deprimiert fühlen können. Möglicherweise stellen Sie fest, dass Herausforderungen auftauchen und Beziehungsangelegenheiten auf eine harte Probe gestellt werden. Treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen im Leben oder in der Liebe, denn sonst denken Sie nicht klar und könnten Sie am Ende bereuen. Schlechte Nachrichten können Sie entmutigen. Schlimmer noch, ein tragisches Geheimnis über die Liebe könnte ans Licht kommen. Konzentrieren Sie sich auf Ihr Privatleben. Versuchen Sie es so sehr, dass Ihre Aufmerksamkeit auf Ihr Zuhause und Ihre Lieben gerichtet ist, wenn der Mond in die Waage eintritt. Ihr Arbeitstag könnte relativ ungestört verlaufen, bis Sie eine persönliche Angelegenheit haben. Daher kann es etwas schwierig sein, sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Möglicherweise stellen Sie fest, dass Ihre Gedanken zu persönlichen Themen oder Situationen zurückkehren. Wenn die Mondenergie besonders spürbar ist, müssen Sie möglicherweise sogar einen Tag freinehmen, um Ihre persönlichen Angelegenheiten zu regeln. Dank der Tatsache, dass Sie die Woche mit dem Mond in Ihrem Einkommensbereich beginnen, ist Ihr Gespür für Geld geschärft und Sie hatten Zeit, einen Informationsdownload auszupacken, seit Merkur in Ihren Arbeitsbereich zurückkehrt, um die erste Planetenaktivität an der Arbeitsfront zu beginnen für das Jahr. Die monatelange Aktivität auf dem Planeten Einkommen ging erst letzten Monat zu Ende, was Merkur von Anfang an ein Gefühl dafür gab, wo das Geld ist und eine Menge ungenutztes Einkommenspotenzial. Es könnte am besten sein, langsamer zu werden und Ihr eigenes Verhalten zu überprüfen, solange dieser planetarische Aspekt anhält. Andere Menschen haben Sie vielleicht in der jüngeren Vergangenheit verletzt, aber Sie können nur Ihre eigene Reaktion erklären. Wenn Sie das Gefühl haben, dass einige Dinge ungelöst sind, müssen Sie Ihren Standpunkt so kommunizieren, dass die andere Person offen bleiben kann. Wenn Sie immer noch verärgert sind, verarbeiten Sie diese Art von Emotion auf produktive Weise, beispielsweise durch Sport. Sie müssen sorgfältig auswählen, was Sie anderen mitteilen. Es ist ein großartiger Tag, um die Dinge in Ordnung zu bringen und zu erledigen. Papierkram, Projekte und ähnliches lassen sich an einem Tag wie diesem viel einfacher erledigen. Lassen Sie sich von niemandem dazu drängen, etwas Neues zu beginnen, bis Sie die Dinge, die Sie bereits in Angriff genommen haben, zufriedenstellend erledigt haben. Die Chancen stehen gut, dass Sie viel mehr Stress erleben werden als nötig, wenn Sie dies zulassen. Als allgemeine Faustregel gilt, man beendet gerne, was man angefangen hat. Machen Sie es also noch heute möglich. Bevor der Mond heute Ihren Kommunikationssektor verlässt, wird er seine letzten Stunden in einem freundlichen Aspekt zu Pluto in ihrem Beziehungssektor verbringen, so wie Venus es gestern tat, bevor er ihn verließ. Dies trägt dazu bei, das zu festigen, was Venus begann und mit dem Asteroiden Juno, der Königin des Engagements und insbesondere des Engagements für die Aufrechterhaltung ihrer Beziehungen in ihrem Kommunikationssektor, weiterhin dafür zu sorgen, dass die Kommunikationsleitungen offen bleiben. Dann schließt sich der Mond Venus in ihrem Heim- und Familienbereich an, wo er sich bereits dort niederlässt, wo ihr Herz ist. Einen Tag, nachdem Venus ihren Kommunikationssektor verlassen und eine einmonatige Mission abgeschlossen hat, ihrem Herzen und ihren Beziehungen eine Stimme zu geben, verlässt heute der Mond den Raum. Allerdings nicht, bevor sie das getan hat, was Venus getan hat, nämlich ihre letzten Stunden in einem freundlichen Aspekt zu Pluto in ihrem Beziehungsbereich zu verbringen. Dies ist eine Gelegenheit, sich mehr darauf zu konzentrieren, ihren Beziehungen eine Stimme zu geben, während sich Merkur an seinem letzten vollen Tag in ihrem romantischen Bereich darauf konzentriert, ihrem Herzen eine Stimme zu geben. Täglicher Planetenüberblick Das heutige Himmelsereignis markiert den bedeutenden Wechsel von Merkur in den Schützen und markiert eine Zeit, in der die Art und Weise, wie wir kommunizieren, deutlich direkter und offener wird. Dieser Übergang lüftet den Schleier der Geheimhaltung und betont eine Ära, in der ungefilterte Wahrheitsfindung zur Norm wird eine willkommene Abwechslung nach Merkurs rätselhafter Reise durch den Skorpion. Allerdings ist Vorsicht geboten, im Eifer des Gefechts fallen vielleicht Worte, die man nicht so leicht wieder zurücknehmen kann. Die Komplikationen, die sich am Horizont abzeichneten, werden nun immer offensichtlicher und das Vermeidungsspiel ist kein nachhaltiger Ansatz mehr. Es ist an der Zeit, sich diesen Herausforderungen direkt zu stellen, auch wenn es wie eine gewaltige Aufgabe erscheint. Durch das Aufschieben verstärken sich diese Probleme nur, was möglicherweise in der Zukunft zu überwältigenden Umständen führen kann. Ergreifen Sie die vorherrschende Entscheidungskraft und regeln Sie finanzielle Angelegenheiten umgehend. Ganz gleich, ob Sie sich einen lang gehegten Wunsch erfüllen, einen spontanen Kauf tätigen oder eine strategische Investition tätigen, Ihre finanziellen Unternehmungen sind mit großer Erfolgswahrscheinlichkeit verbunden. Ihre Siegesserie wird durch ein gesteigertes Vertrauen in Finanzberater und Freunde angekurbelt. Ihre sorgfältige Arbeit zur Erzielung von Erträgen wird gewürdigt und gibt Ihnen die Gewissheit, dass mit den Einnahmen mit größter Sorgfalt umgegangen wird. Unterdessen gibt die Ausrichtung des Mondes in Ihrem Einkommensbereich mit der Venus, dem Planeten, der mit Reichtum assoziiert wird, von Anfang an einen positiven Ton an. Obwohl dies Ihr einziges Renn des Vos während Venus Aufenthalt ist, verspricht Ihre intuitive und emotionale Verbindung zu Finanzangelegenheiten einen vielversprechenden Anfang und schafft die Grundlage für weitere Vorteile. Himmel für heute Wenn Sie Zukunftspläne in Angriff nehmen, steht eine strategische Haltung zur Stärkung der familiären Bindungen im Mittelpunkt. Glücklicherweise nehmen Ihre Verwandten diesen Ansatz freudig an und bieten Ihnen unerschütterliche Unterstützung für Ihre Bemühungen. Im Bereich persönlicher Beziehungen blüht die Liebe weiter, wenn Sie einer besonderen Person näher kommen und durch Ihre gut gemeinten Gästen eine dauerhafte Verbindung aufbauen. Die kosmische Inszenierung nimmt eine interessante Wendung, als der Asteroid Juno ihre Soloreise in ihrem Karriere-Sektor beginnt, zeitgleich mit dem Abgang von Mond und Venus in den letzten Tagen. Junos Ausrichtung auf Jupiter in ihrem Arbeitsbereich löst einen starken Energieschub an allen Berufs- und Karrierefronten aus und bereitet die Bühne für eine bevorstehende dynamische Zeit. Darüber hinaus bleibt der positive Einfluss von Pluto auf Ihren Einkommensbereich, den Sie in den letzten Stunden von Mond und Venus erfahren, bestehen und verleiht Ihren finanziellen Bestrebungen zusätzliche Unterstützung. Direkt nach dem Austritt des Mondes aus ihrem Finanzsektor und dem Ausscheiden der Venus am Vortag beginnt Juno ihren Solotag mit ausgeprägten finanziellen Instinkten und dem Selbstvertrauen, das für den Vorwärtsdrang nötig ist. Diese zufällige Ausrichtung auf Jupiter verstärkt Ihr Engagement, finanzielle Wünsche in greifbare Realität umzusetzen. Es ist eine hervorragende Gelegenheit, den Mut aufzubringen, langfristige Projekte zu verwirklichen und Ihre Ideen selbstbewusst vorzustellen und jegliche Skepsis zu überwinden. Ihre neue Einstellung bleibt nicht unbemerkt, denn Ihr Umfeld reagiert positiv auf Ihre Begeisterung und bietet Ihnen sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich Mut. Nutzen Sie diese positive Dynamik und zeigen Sie Ihr Durchsetzungsvermögen, es ist der Schlüssel zu bedeutenden Fortschritten. Wenn alle notwendigen Elemente für den beruflichen Aufstieg und die Umsetzung Ihrer großen Ideen vorhanden sind, erhalten Sie mit Ihrem Selbstvertrauen, Ihrem Enthusiasmus und Ihrer entschlossenen Herangehensweise die Unterstützung, die Sie für den Erfolg benötigen. Scheuen Sie sich nicht vor externer Hilfe, jede angebotene Unterstützung bringt Sie der Verwirklichung Ihrer Träume einen Schritt näher.